Und rasend schnell und fluffi wuff. Hallöchen Freunde, willkommen zurück bei Neuzelf-Tec. Ich bin's Ronny und hier haben wir das neuste Modell, den neuesten Ableger der Enmanic RG-Serie. Das war, und zwar haben wir den 552er oder 552 liebevoll von mir genannt oder 552, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ihr seht schon, das Gerät ist größer als die anderen Handhelds, die Enmanic rausgebracht hatte. Ist auch tatsächlich im Preis gestiegen, liegt irgendwo zwischen 190 und 220 Euro. Ob ich jetzt mit dem neuen Rockchip, der da drin verbaut ist, dem 339er auch mehr Performance hat und die hochwertigen oder anfordernden Emulationen besser zurecht biegen kann, das wollen wir uns natürlich anschauen. Achso, man sieht's ja gar nicht. Jetzt kann's losgehen. Hier noch einmal ganz kurz den Größenvergleich. Ich glaube, man sieht schon, dass das Display jetzt in dem Fall mit 5,36 Zoll deutlich größer ist als hier mit 3,5 Zoll. War es, glaube ich, beim Enmanic RG-351P. Das Gerät liegt bei ungefähr 70, 80 Euro. Die Metallvariante, die ein bisschen schwerer, größer und schicker ist, die liegt so bei 110 Euro. Und jetzt toppt das quasi Enmanic mit dem RG-552 mit ungefähr 220 Euro. Was die Abmessung und Layout angeht, habe ich euch das jetzt gerade schon ein bisschen gezeigt. Was die Verarbeitung angeht, ist es so, es wirkt, als wäre es Metall. Es ist aber nur Kunststoff. Auch hier haben wir wieder ein ganz normales Display, in dem Fall aber mit Touchscreen, weil wir hier eine Android-Oberfläche haben. Allerdings nur 7.11. Das ist nicht aktuell und hat dann im Prinzip auch den Nachteil, dass dann nicht alle Emulationen oder Programme laufen. Ob es da jemals ein Update für eine neuere Version geben wird, das kann ich euch nicht sagen. Ich denke, mit einer Custom-Rom wird man hier zukünftig besser aufgestellt sein. Ansonsten hat sich, wie gesagt, so viel gar nicht geändert. Nur, dass das Ding quasi ja mit Wasser gegossen wurde und größer wurde. Layout ist identisch. Das heißt, Steuerkruz hier, Analog-Stick, Sum-Stick sind hier. Die Tasten ganz normal. Start, Select. Oben die Schultertasten. Auch hier hat sich das nicht wirklich geändert. Nach wie vor ist es haptisch ein bisschen schwierig, dann an die inneren Tasten ranzukommen. Gerade wenn man vielleicht gewohnt ist, mit zwei Fingern zu spielen, ist das jetzt hier mit einem nur möglich. Natürlich, da die Schultertasten bei den meisten Emulationen ja natürlich nur einzeln belegt sind, ist es vielleicht gar nicht so das Problem. Auf der Oberseite habt ihr es jetzt vielleicht auch schon gesehen. Es gibt einen riesen Lüfterausgang, denn auf der Rückseite gibt es auch einen Lüfter. Leicht gummierte Fingeraufnahmen, nenne ich es mal. Beziehungsweise in dem Bereich werde ich wahrscheinlich mit meinen Fingern drüber sein und immer mal wieder so einen Luftzug spüren. Nach oben, wie gesagt, kommt die warme Luft raus. HDMI-Ausgang haben wir. Drei, fünfmal Klinke haben wir. Quasi für die Kopfhöreranlage, was weiß ich, was wir machen wollen. Ein USB-Typ-C-Port haben wir, um zum Beispiel eine Datenverbindung zum PC aufzubauen, wenn wir unter Android sind, um halt einfach mal ganz einfach Spiele auf die Micro-SD-Karte zu packen. Und dann noch einen Typ-C zum Beladenetzteil und Kabel liegen mit bei. Und auf der Unterseite geht es weiter. Da sehen wir einen Reset-Button. Wenn ich den drücke, dann starte ich das System neu. Ist klar. Dann haben wir einen F-Button, also Funktions-Button und nochmal einen zweiten SIM-Karten-Slot. Das ist jetzt ja tatsächlich auch sehr friemlich wieder mal. So, das ist dann auch eine Micro-SD-Karte, die ich jetzt eingelegt habe, wo meine Spiele drauf sind. Denn das System kommt in diesem Fall komplett ohne Spiele. Das solltet ihr vorher vielleicht schon wissen. Es liegt trotzdem eine zweite Micro-SD-Karte bei mit 16 GB Speicherkapazität. Mit der landet ihr nicht im Android 7.1-System, sondern auf der, hier ist es Embanix-System genannt, ist aber wahrscheinlich eher so Badozera-veränderte Version, also in der Linux-Oberfläche, die nochmal ein bisschen anders aussieht. Wir schauen uns doch beides natürlich an. Und genau, ansonsten haben wir noch Stereo-Lautsprecher, die tatsächlich auch sehr gut klingen, links, rechts, schön laut und relativ klar. Was steckt denn jetzt hier tatsächlich drin? Also, ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben ein Display von 5,36 Zoll mit einer Auflösung von 1920x1152 Pixel. Das Ganze mit 16 Hz Bildwiederholfrequenz. Der Prozessor ist ein Rockchip RK339, ist ein Hexacore, wem Hexa nicht sagt, das sind sechs Kerne. Vier große und zwei kleine. Die vier großen laufen mit 1,8 GHz, sind die vier kleinere mit 1,5 GHz. 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB interner Speicherplatz. Der Speicherplatz, wie gesagt, kann erweitert werden. Denn ansonsten, alle Anschlüsse habe ich euch schon gezeigt. Es gibt noch WLAN und GPS, glaube ich, auch. Das ist aber, glaube ich, eher unwichtig. Bluetooth wird hier oben in der Leiste noch mit angezeigt. Gibt es aber nicht. Das heißt, die Konnektivität ist dann quasi auf diesen Controller USB-Typ C oder dem Videoausgang und der MicroSD-Karte beschränkt. Es gibt natürlich auch eine WLAN-Verbindung. Allerdings ist man auch hier eingeschränkt auf nur 2,4 GHz. Für das normale Betriebssystem eigentlich gar kein Problem. Aber wenn man sich das System anschaut, wir haben jetzt Moonlight. Moonlight ist halt quasi so eine Möglichkeit, Steam zum Beispiel zu streamen. Das heißt, ich habe ein PC laufen und das Bild, was normalerweise ein PC dargestellt wird, kommt hier an. Funktioniert bei einfachen Games. Ja, habt ihr aber dann irgendeinen Shooter, wollt eure Xbox vielleicht per Steam auch nochmal mit anbinden oder Xbox Cloud, was weiß ich, wie das alles heißt, dann reichen 2,4 GHz einfach nicht aus, weil die Bandbreite einfach beschränkt ist. Hier wäre schön gewesen, 5 GHz. Das nochmal mit dazu. Also, das Betriebssystem, wie gesagt, besteht aus Android 7.12. Die Leistung liegt bei 130.000 AnTuTu-Punkte. Das ist ja, ja, Mittelklasse ist es schon lange nicht mehr. Das ist nur noch die Einstiegsklasse. Das, was ihr jetzt hier oben alles seht, also Dolphin, Drastic, Duck Station, die Uhr, Final Burn Alpha, Game Boy, Game Boy Color und so weiter, Mupen oder N64 Plus, Mega Drive und Co. Das war alles schon drauf. PP, SSPP ist auch mit drauf. Das heißt, für die PlayStation Portable Emulation, Super Nintendo, Jabba San Shiro ist ein Sega Saturn Emulator. Und Retro Arch ist auch mit am Start. Und We Dream für Dreamcast. Dann seht ihr hier quasi eine Oberfläche mit ein paar Sachen, die doppelt sind. Hier unten ist AnTuTu zum Beispiel. Es sind auch Dinge, die ich alles ausblenden kann. Also, ich kann mir das Ganze noch ein bisschen anpassen. Ihr habt es auch gerade gesehen. Ich kann hier per Drag & Drop dann einfach was hin und her schieben, so wie ich es will. Ich habe jetzt hier oben auch große Widgets. Auch die kann ich entfernen und das Ganze noch ein bisschen kompakter machen. Also, das schon mal dazu. Die einzelnen Apps müssen halt im Prinzip unter Android, so kennt man das ja auch, geöffnet werden und ein bisschen konfiguriert werden. Teilweise wird ein BIOS verlangt. Die BIOS-Dateien sind aber auf der Micro-SD-Karte schon mit vorhanden. Also, da muss man jetzt nicht unbedingt so viel suchen. Allerdings, die Schwierigkeit unter Android, finde ich zumindest, ist immer den richtigen Pfad zu der Micro-SD-Karte zu finden. Das macht nicht jedes Programm und das macht das dann manchmal auch ein bisschen komplizierter. Wenn ich Spiele installiert oder raufgepackt habe, also eure originalen Kopien oder was weiß ich, wo ihr das herkriegt, das ist jetzt ein Thema, das will ich nicht weiter ansprechen, könnt ihr die Micro-SD-Karte in den zweiten Slot setzen. Dort wird auch dann quasi alles draufgeschrieben, was wichtig ist, also die ROM-Ordner, Spiele rein und dann könnt ihr die im System auch direkt so nutzen. Das Schöne ist, ob ich jetzt das Android-System nehme oder das Linux-System, die Micro-SD-Karte wird von beiden Systemen erkannt. Das heißt, ihr könnt vielleicht mit dem einen oder anderen Emulator unter Linux eine bessere Performance bekommen als unter Android. Das erstmal rein theoretisch. Praktisch fange ich jetzt einfach mal mit dem Zocken an und zwar mit dem Sega Saturn-Emulator, weil der funktioniert unter Android gut und unter der anderen Oberfläche zum Beispiel eben nicht. So, Sega Saturn haben wir jetzt hier am Start das Ganze mit Frame-Skips aktiviert. Wenn ich jetzt hier rüberwische und auf Settings gehe, kann ich die natürlich auch direkt ausschalten und ohne merkt man dann, dass man da halt irgendwo bei 40 bis 60 FPS liegt, im Schnitt bei 50, aber es kommt zu Soundstotterern. Sega Saturn ist tatsächlich auch eine Plattform, die eher noch ein bisschen schwieriger zu emulieren ist und daran muss ich jetzt natürlich irgendwie kein System messen. Aber es läuft, es funktioniert, zumindest unter der Android-Oberfläche und das wollte ich euch natürlich auch zeigen. Was man natürlich auch hört, ich mache es nochmal ein bisschen lauter. Ist der Lautsprecher, also wirklich hier links-rechts und das mit einer vernünftigen Klangqualität sehr laut. Also das gefällt mir schon. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein anderes Spiel und dann stellen wir nämlich fest, dass wir hier dann irgendwie per Touchscreen nochmal raus müssen. Leider ist das System jetzt, was das angeht, auch irgendwie nicht so richtig angepasst. Das heißt, wenn ich in irgendeiner App drin bin, muss ich gucken, dass ich dann hier wieder rauskomme, hier unten hinwischen, zurück und so weiter. Ich habe mir dafür zum Beispiel die Dickoberfläche genutzt. Nicht lachen wegen dem Namen, der ist tatsächlich so. Da kann ich dann quasi die Systeme einmal durchscrappen. Das bedeutet einmal quasi scannen und sozusagen dann auch eine Benutzeroberfläche mit anpassen. Und dann sieht das Ganze schon so ein bisschen schicker aus. Dann habe ich hier quasi meine Systeme. Dann sehe ich 3DO. Was haben wir hier eigentlich? Achso, die Programme, die quasi unter Android noch mit drauf sind. Wir haben hier ein System, Nintendo 64, 3DS, Gamecube, Wii, Playstation, Playstation Portable und so weiter und so fort, Dreamcast und auch hier Sega Saturn. Und wenn ich das hier eingerichtet habe, kann ich theoretisch auch dann direkt in das jeweilige Spiel reinkommen und werde dann direkt zu dem Programm weiter verfrachtet. Also das funktioniert schon ganz gut. Bedarf aber wieder Eigeninitiative und Arbeit, weil es vom System so gar nicht vorgegeben ist. Und das ist halt auch so ein kleiner Punkt, neben der Performance, die jetzt nicht so extrem hoch ist, was dieses System angeht, dass ich sehr viel Eigenleistung und Initiative mit reinbringen muss, um im Prinzip dann das System auch so zu nutzen. Weil Android selbst hat halt einfach seine einfache Oberfläche und das ist nicht immer so cool. Wir steigen mal einfach bei Playstation wieder ein. Wir gehen jetzt hier bei Tekken rein und sagen auch hier Feuer frei. So, suchen wir uns hier mal einen Gegenspieler aus und eine Figur. Oben rechts sehen wir die Bilder pro Sekunde. 60 aktuell, 44 und beim Laden und so weiter und so fort. Schwankt das natürlich ein bisschen. So, oben läuft es jetzt dann mit 56 Bildern pro Sekunde. Also das ist schon auf jeden Fall eine adäquate Leistung, die man dann hier mit der Playstation Portable Emulation bekommt. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, ist es sehr stark abhängig von den jeweiligen Spielen. Jetzt haben wir die zweifache Playstation Portable Auflösung aktiviert und man sieht jetzt oben dann so um die 30 Bilder. Manchmal auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist jetzt natürlich dann schon eine höhere Auflösung als im Original. Frameskips sind deaktiviert, das heißt hier ist nochmal ein bisschen mehr Luft nach oben, wenn ich dann die Auflösung reduziere oder im Original lasse oder im Prinzip dann ja Frameskips mit aktiviere, was nicht jeder mag. Und dann kann ich die Spiele zum Teil auch spielen. Stelle ich dann die Originalauflösung ein, dann sehen wir, sieht das nicht mehr ganz so schick aus, aber läuft dann natürlich geschmeidiger und auch komplett flüssig durch. Aktuell zeichnet hier nur 30 Bilder pro Sekunde an, das fühlt sich aber eigentlich ein bisschen schneller an. Frameskip ist immer noch aus. Das ist dann jetzt natürlich ein Spiel, wie gesagt, was über Playstation Portable und den Emulator gut läuft. Dann haben wir hier God of War, Shades of Olympus war es, glaube ich. Dann sehen wir hier oben die 30 Bilder pro Sekunde in der Originalauflösung von Playstation. Und hier merkt man aber, ja, das ist eins der Spiele, die jetzt schwieriger zu emulieren sind. Läuft zwar auch, aber halt eben nur in der Originalauflösung. Versuche ich das höher zu schalten, reicht die Performance nicht aus. Zwischendurch gibt es auch immer mal wieder ein paar kleine Ruckler. Wer sich hier mit seichterem Gameplay zufrieden gibt, also nicht unbedingt Hochkaräter spielt, so 2D-Titel, Street Fighter und Co., der kommt hier natürlich an eine etwas bessere Leistung. Aber da merkt man schon, glaube ich, auch, dass hier dann irgendwo schon fast das Ende im Gelände erreicht ist, wenn die Playstation Portable auch schon so ein bisschen Schwierigkeiten macht. So, wieder umständlich über den Screen dann zurückgehen, weil, wie gesagt, Tasten werden das hier irgendwie nicht großartig unterstützt. Emelic bewirbt ja auch, dass man Gamecube und Wii-Titel spielen kann. Ich habe mich jetzt hier mal einfach für Need for Speed 2 entschieden. Man hört es schon am Stottersound und man sieht es auch so mal Bildaufbau hier, so 25 bis 30 Bildern oben links, dass das alles andere als ausreichend ist, was man hier an Performance bekommt. Je nach Emulator, der benutzt wird und Einstellung, gibt es natürlich noch ein paar Grafikfehler oben drauf. Irgendwo ist auch die Gas-Taste da oben rechts und man sieht, dass es extrem träger ist. Es gibt mit Sicherheit auch Gamecube-Titel, die man halt flüssig spielen kann. Das gehört auf jeden Fall nicht dazu. Also auch hier wäre man wieder auf 2D-Spiele beschränkt. Und das zeugt dann halt einfach, dass der Prozessor, der hier drinsteckt mit seinen 130.000 AnTuTu-Punkten, halt einfach für richtig gute Emulationen halt doch nicht gegeben ist. Und wir uns halt einfach auf einfache Dinge beschränken müssen. Ich wechsle jetzt mal in das andere Betriebssystem rein, also quasi in die Linux-Oberfläche. Das heißt, hier machen wir erstmal die Micro-SD-Karte rein, insofern es geht. So, dann schalten wir das System aus, starten einmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir in der besagten Emonic-Oberfläche. Wenn man jetzt Start drückt und sich ein bisschen auskennt, wird man feststellen, ja, das sieht eher nach dem Badosera aus. Und ich habe hier natürlich so einige Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier auch natürlich das Theme ändern. Und das ist hier natürlich ein bisschen leichter und einfacher getan. Dann lädt das kurz, wenn ich das ausgewählt habe. Und dann habe ich hier dann sozusagen mein Menü. Auch hier Start gedrückt, Spieleinstellung, Controller, UI-System. Dann kann ich hier irgendwas einstellen, Karussell, Boxen, was weiß ich. Das ist überhaupt gar kein Problem. Finde ich auch deutlich flexibler. Allerdings ist es, wie gesagt, eine von Emonic veränderte Version. Das heißt, irgendwie so mit Updates und Systemaktualisierung ist jetzt nicht weit her. Badosera selbst ist gerade noch in der Alpha, in der Testphase. Und ich denke, das Ding wird dann mehr Potenzial haben als diese Version, die jetzt hier gerade drauf ist. Aber ich habe hier schon ein bisschen was drauf gemacht. Und dann sieht man, dass man dann hier so kleine Bilder hat. Und auch Hintergrundmusik und dann Atomos Wave zum Beispiel. Als Emulation oder als hier Mega-CD. Starten wir einfach mal. Get ready. Good luck. Speed down, das wird schon irgendwie funktionieren. Uh, guck dir das an. Was die reine Performance der 8-Bit, 16-Bit-Emulation angeht, brauche ich das eigentlich nicht zeigen. Was ich damit aber hier zeigen will, ist, dass diese eigene Oberfläche, die angepasste Oberfläche halt einfach einfacher ist. Weil die Spiele halt einfach von Werk aus direkt funktionieren. Ich muss nichts mehr konfigurieren. Ich kann das zum Teil, aber so, ich muss es nicht. Und dann habe ich hier halt irgendwie was angefangen und kann dann halt direkt loslegen. Und es wird von den Kontrollern halt unterstützt. Und wenn es nicht besonders toll aussieht, dann gehe ich halt mit der Tastenkombination raus. Aber es läuft halt einfach. Und das finde ich halt sehr bequem. Und mit dem Durchseppen, dann kommen wir auch hier zur Sega Saturn zum Beispiel. Und wie gesagt, das eine Spiel lief, die anderen beiden liefen jetzt nicht. Und ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, den Emulator einzustellen. Wenn ich dann halt das Spiel aussuche zum Beispiel, kann ich hier Select drücken. Und dann finde ich dann die erweiterten Spieloptionen. Und je nach Emulation habe ich hier die Möglichkeit, auch den Emulator auszuwählen. Für Sega Saturn ist das hier leider nicht der Fall. Und dementsprechend funktionieren dann die Titel halt auch nicht so richtig. Also hier bedarf es dann auch an Optimierung. Ja, und dann bin ich dann in dem Spiel drin. Und dann fehlt es mir hier an Texturen und alles drüber. Ich habe wahrscheinlich jetzt einfach die falsche Spiele runtergeladen. Ich weiß es nicht. Blöderweise ist zwar, ihr habt es ja gesehen, gerade dieses mit dem Drachen, das Spiel. Das ist ja eigentlich auf der Micro-SD-Karte drauf. Wird hier aber nicht erkannt. Also das ist dann auch so ein Zwiespalt zwischen den beiden Systemen. Man muss sich irgendwo entscheiden, welche Version oder welche Variante der Oberfläche ich nutze. Nämlich diese Linux-basierende oder eben doch die Android-Oberfläche. Das macht das Ganze halt einfach tierisch kompliziert. Aber ich will nochmal bei Dreamcast mit reingehen, um euch auch mal zu zeigen, es läuft natürlich trotzdem flüssig. Und es gibt auch Spiele, die gut spielbar sind. So, und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel Sonic. Da unten steht dann zwar nur 35 Bilder pro Sekunde. Das ist aber absoluter Bullshit, weil das scheint nicht richtig ausgelesen zu sein. Der Sound läuft, das Spiel läuft flüssig. Also wirklich so, wie man sich das vorstellt. Und hier kann ich dann halt einfach losdaddeln und habe überhaupt gar keine Probleme. Vielleicht kommt es mal hier und da mal zu einem kleinen Soundstotterer. Aber Sega Dreamcast läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Und somit auch besser als bei den RG351P oder M. Und rasend schnell und fluffi wuff. Mir fehlt manchmal das Wort, was ich jetzt eigentlich sagen will. Aber es läuft einfach. Also genau das will ich euch hier zeigen. Natürlich kann ich auch die Playstation 1 Titel spielen. Das sogar in höhere Auflösung. Hier haben wir den Crash Bandicoot. Das ist ja auch so eins der Spiele, die ja, naja, doch mehr oder weniger noch ein bisschen Performance verlangen. Aber das ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Wenn ich jetzt hier aber die Auflösung ändern will, muss ich zum Beispiel die Funktionstaste drücken. Also bei mir habe ich die auf Select gedrückt und dann B. Und dann komme ich nach Retroarch rein. Und das ist dann schon wahrscheinlich wieder der Overkill für die meisten, weil hier einfach wahnsinnig viel zum Einstellen ist. Und dann kann man hier die höhere Auflösung einstellen oder auch wieder herunternehmen und geht dann wieder zurück ins Spiel. Und dann sieht das halt einfach nicht mehr so schick aus, aber läuft halt genauso flüssig. Ich kann natürlich mit der und der Taste die Bilder anzeigen lassen. Da sieht man dann, dass es hier auch vernünftig läuft. Zum Beweis nochmal, das an, das an, so zurück, zurück, da haben wir die höhere Auflösung. Und auch hier sieht man dann die 60 Bilder pro Sekunde. Also das funktioniert mit der PlayStation 1 absolut einwandfrei, überhaupt gar kein Problem. Und ja, genau so stelle ich mir das natürlich vor. Einfach gestartet und angemacht. Und wenn dann doch mal der Emulator vielleicht nicht der richtige ist, dann suche ich mal einen anderen aus. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel Super Nintendo. Klassisches Beispiel dafür. Hier kann ich nämlich dann auch unter den erweiterten Spieloptionen den Emulator auswählen. Den SNES 9X oder den Next. Ich kann es auch auf Auto lassen. Das funktioniert dann natürlich sehr unterschiedlich. Hier gibt es natürlich erstmal weniger Probleme als bei anderen Emulationen. Und dann haben wir hier Yoshi's Island 2 und das Ding läuft einfach so geschmeidig. Auch hier können wir die Bilder darstellen, 60 Bilder pro Sekunde. Und das läuft richtig, richtig rund, so stelle ich mir das vor. Und das ist halt einfach auch gleichsprechend für alle 8- und 16-Bit-Emulationen, die es jetzt hier so gibt. Da gibt es halt einfach, ja, gar keine Probleme. Und man kann, wenn man möchte, halt wie gesagt, eine Menge einstellen. So, N64, Ocarina of Time, das wollen wir haben. Einerseits die Bilder pro Sekunde, das da hin und dann laden wir den Speicherstand. Und dann haben wir jetzt hier, ich glaube, eine 960er Auflösung. Wir sehen jetzt hier so die 45 Bilder pro Sekunde. Wir haben auch den einen oder anderen Grafikfehler mit am Start. Das liegt an dem jeweiligen Programm, was ich hier tatsächlich benutze. Aber wenn ich die Standardauflösung von 320x240 einstelle, läuft N64 absolut flüssig. Es gibt mit Sicherheit auch hier wieder Ausnahmen. Aber hier sieht man schon, mit höherer Auflösung Sound läuft, Bild läuft, also bis auf die kleinen anfänglichen Ruckler. Also da gibt es auch eigentlich von meiner Seite aus nichts zu meckern. Das sind halt so die Dinge, die das Ding wirklich, wirklich gut kann, die absolut rund laufen. Aber halt eben auch viel Konfigurationsmöglichkeiten bieten. Also das ist halt hier beim N64-Emulator wirklich wahnsinnig viel, was ich da noch auswählen kann. Spieleobstelle, Einstellung und dann sehen wir hier so Mupen und Parallel und Glide und N64 Rise. Und je nachdem, was man benutzt, ist die Performance natürlich auch sehr unterschiedlich. Mario KTS zeige ich euch auch nochmal. So, rechte Thumbstick ist dann quasi das Display, weil hier Touchscreen selber funktioniert nicht. Das geht nur unter Android. Aber hier draufdrücken auf den Stick und dann passt das. Und dann machen wir es safe und quiet. Oder quit. Dann gehen wir in das Spiel rein. Ja, Nintendo DS kann ich natürlich auch emulieren. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Unter der Linux-Oberfläche läuft es aber nicht ganz so flüssig. Wenn ich dann aber halt im Prinzip die Bildschirme durchwechsel und nur noch einen habe, funktioniert das dann deutlich flüssiger. Lustigerweise, unter Android läuft die Emulation deutlich besser. Und da kann ich auch den Double Screen anlassen oder die Verteilung links rechts. Und ich habe da halt im Prinzip eine bessere Performance als das, was mir das Ding jetzt hier unter Linux loslässt. Und das ist halt auch wirklich so die Diskrepanz in dem System. Ich weiß nicht genau, welche Emulation auf welcher Oberfläche besser läuft. Aber Nintendo DS läuft auf der Android-Oberfläche wirklich fluffig. Fluffig ist schnuffig und sauber durch. Aber ihr müsst halt euch immer irgendwie entscheiden, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist natürlich jetzt alles viel und umfangreich und wahrscheinlich auch ganz schön verwirrend. Welche Oberfläche nehme ich denn jetzt? Nehme ich halt diese angepasste Linux-Variante oder bin ich doch unter Android am Start? Das macht das ganze System ja schon ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig. Und auch ich habe da so ein bisschen meine Probleme, weil ich habe mal hier was ausprobiert, ich habe mal da was ausprobiert. Und jetzt beim DS gerade festgestellt, verdammt, du hast es vorhin unter Android gemacht, da lief es einfach besser. Und das wird euch genauso passieren. Und das ist halt eben auch irgendwo das Fatale, dass auf der einen Micro-SD-Karte alle Spiele drauf sind, die für beide Oberflächen nutzbar sind. Was eigentlich ein Vorteil ist. Was im Gesamten dann halt einfach das Problem ist, ich muss halt irgendwie rausfinden, wo spiele ich denn, welches Spiel, welche Oberfläche, welche läuft am besten. Habe ich alle BIOS-Dateien mit drin, die ich brauche, so Sega, Saturn, Dreamcastle und Co., die brauchen das halt. Playstation 1 theoretisch auch. Da muss ich dann halt irgendwo meinen Weg finden. Und zum Beispiel habe ich gesagt, Gamecube habe ich jetzt nicht gespielt und jetzt auf der Oberfläche habe ich es dann plötzlich dann halt wieder nicht mehr mit drin. Und dann habe ich zum Beispiel das Problem, dass zum Beispiel Gamecube und Nintendo Wii halt unter Android unterstützt werden, auf der Linux-Oberfläche hier aber einfach gar nicht mit auftauchen. Und ich weiß aber, dass halt im Prinzip das Batocera einfach mehr Potenzial hat und auch diese Dinge hier drunter wieder geben könnte. Und da muss man halt einfach zwischen den Systemen hin und her wechseln. Und das ist halt einfach so, was ich dann auch wirklich letztendlich kompliziert finde. Auch zusätzlich, dass RetroArch im Hintergrund läuft, das macht die Konfiguration auch schwierig. Unter Android ist man das irgendwie gewöhnt, aber da fehlt mir der Komfort. Also ich muss bei diesem Gerät wirklich viele Kompromisse für mich persönlich eingehen. Dieses ganz einfache, wie beim RG351, anmachen und losdudeln, weil auch schon Spiele drauf sind, ist jetzt hier leider nicht möglich. Ich kann mit Sicherheit meine Spiele alle draufpacken und die durchlaufen lassen, aber ich muss halt einfach Zuarbeit leisten. Und das muss man sich auch ganz bewusst sein oder dessen muss man sich auch ganz bewusst sein. Es ist kein To-Go-Plug-and-Play fertiges System, weder unter der Enmanic-Oberfläche noch unter Android. Ich muss immer Eigeninitiative und Leistung mit reinbringen. Und Marci selber sagte, boah, ist das kompliziert. Und da sitze ich hier und sage, ja, das ist hier mit denen einfacher. Und die sind auch günstiger. Wenn wir jetzt aber mal das ganze Revue passieren lassen und uns einfach rein um das Gerät kümmern und sagen, ja, Verarbeitung ist gut. Das Display ist top. Wir haben einen Touchscreen. Wir haben wirklich gute Bedienmöglichkeiten. Wir haben sehr gute Lautsprecher. Wir haben Video-Ausgänge über HDMI, wo auch alles wirklich sehr gut läuft. Es gibt aber die eine oder andere Emulation, die dann Sound-Stotterer hat, aber grundsätzlich Input-Lag-frei und ich kann auf einem großen Bildschirm weiterspielen. Das funktioniert. Der Akku selbst hält aber halt einfach nur so drei, vier Stunden, je nachdem, was man emuliert und muss dann natürlich entsprechend aufgeladen werden. Und was auch blöd ist in dieser angepassten Oberfläche, ich habe keinen Stand-by-Modus. Also normalerweise unter Android drücke ich hier drauf, das ist der Display aus und gibt es hier nicht. Also hier müsste ich dann das System halt im Prinzip komplett runterfahren, um den Akku zu schonen. Unter Android ist das was anderes, wobei der Battery-Drain im Stand-by auch relativ hoch ist. Da könnt ihr nicht eine Woche später die Kiste anmachen und weiter daddeln. Das funktioniert nicht. Das ist dann schon so der erste Punkt. Die anderen Punkte sind halt einfach, dass im Prinzip keine Spiele mit bei sind, was natürlich rechtlich die legale und gute Version ist. Ich aber einfach viel Fleiß und Initiative reinbringen muss, um die da raufzukriegen. Die Software ist nicht großartig angepasst. Ich muss selber irgendwie alles einstellen. Und diese Linux-Oberfläche ist halt grundsätzlich so einfacher zu bedienen, ermöglicht aber nicht alle Optionen. Dann ist das eigentlich positiv, wir können auch damit Streams spielen, also von Steam und Co. Aber mit den 2,4 GHz WLAN sind wir da stark eingeschränkt. Das heißt, mit viel Bandbreite kann ich da nicht offenbaren und kann nicht alles flüssig spielen. Und dann einfach das alte Android 7.1-2-System. Warum man da nicht Android 10, 11 genommen hat? Das muss ja nicht das Top-Aktuelle sein, aber eine aktuelle Oberfläche, um wirklich das Potenzial von Android auch zu nutzen. Sehr, sehr schade. Der Rockchip, der hier drin ist, der 339er, ist halt einfach tatsächlich auch eher eine lahme Krücke. Für die Standard-Emulation reicht es aus. Aber ihr habt gesehen, dass PlayStation Portable, Saturn und so ähnlich oder Gamecube und Wii halt nur bedingtspielbar sind oder teilweise gar nicht. Und dann halt, wie gesagt, auch der Unterschied zwischen einzelnen Plattformen, ob ich jetzt Android nehme oder die Linux-Oberfläche, die Performance unterscheidet sich und zusätzlich noch in den jeweiligen genutzten Emulatoren. Und das macht es extrem kompliziert. Und dann haben wir halt im Prinzip den auch etwas höheren Preis von um die 200, 220 Dollar. Und ich muss jetzt sagen, eigentlich ist es ein geiles System, wenn es irgendwie ready-to-play wäre. Also wenn es jetzt funktionieren würde, Spiele drauf rein und los geht's, ja, dann wäre ich völlig noch dabei. Aber das ist halt eben nicht so. Ich muss da immer noch ein bisschen manuell ein bisschen Hand anlegen. Und das macht es halt schwierig, kompliziert. Und wer sich damit nicht auskennt, wird irgendwann sagen, okay, leck mich am Arsch. Das Ding ist nicht meins. Kann ich absolut nachvollziehen. Mein Tipp an der Stelle ist wirklich, wenn ihr sagt, ihr müsst nicht unbedingt PlayStation Portable emulieren oder bei Dreamcast, könnt ihr auch mit ein bisschen Zaunstotter ran leben. Greift zum RG3 eine 50p oder dem M-Modell, was ein bisschen wertiger aussieht. Da könnt ihr, wie gesagt, auch PlayStation Portable mit drauf spielen. Ihr könnt auch Dreamcast mit drauf spielen, aber nicht in der besten Performance. Die ist hier ein Stückchen besser. Für den Preis erwarte ich aber mehr Performance, dass die anderen Dinge auch besser laufen. Und von dem beworbenen Gamecube oder Wii brauche ich nicht reden, wenn ich da nur 20, 30 Bilder habe. Und auch ein God of War sollte hier eigentlich gut drauf laufen, tut es aber nicht. Also es ist schön gedacht, aber nicht zu Ende geführt. Und ich glaube, man muss das Ganze noch ein bisschen länger beobachten und eine andere Software drauf machen, die aktueller ist oder besser angepasst ist. Deswegen auch der Hinweis auf Batocera, dass sie noch in der Alpha sind. Das drauf kloppen und dann damit spielen, weil ich glaube, dann kann man hier einfach viel mehr Leistung mit rausholen. Ich werde das Ganze noch ein bisschen mir mit anschauen, weil gerade ich mit Batocera auch sehr viel unterwegs bin. Ich habe auch gerade einen Guide geschrieben, wie man das so installiert und benutzt, um zum Beispiel auf eine USB-Stick dann an den PC den reinzustecken, davon zu booten. Oder mit einer externen Festplatte, um das System halt den PC selber nicht umschreiben zu müssen, sondern einfach nur über den USB-Stick. Das finde ich einfach viel interessanter und klar, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber da ist halt einfach viel Potenzial. Und deswegen werde ich mir das hier nochmal ein bisschen anschauen, weil ich einfach momentan mit der Softwarelösung nicht so zufrieden bin. Man kann damit halt vieles spielen, aber nicht alles. Und die Performance ist halt teilweise einfach eher mau, was da rauskommt. Und das halt eben für einen höheren Preis. Klar, schönes, großes Gerät, tolle Bedienung, tolles Display, ohne Frage. Aber mir fehlt einfach so das i-Tüpfelchen hier oben drauf. Also ich bin, ihr merkt schon, ich bin nicht ganz so zufrieden, wie andere das vielleicht sind. Gut, das war dann ganz schön viel, ganz schön umfangreich. Ich glaube, das muss aber auch mal sein. Und ja, entschuldigt bitte, dass ich eher die Negativbeispiele gezeigt habe, was das Ding nicht kann, weil die Erwartungen, glaube ich, sehr hoch sind, dass es vieles davon kann. So, wenn jetzt noch Fragen sind, rein damit in die Kommentare. Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Den Guide für Badossera findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Einfach gucken, googeln, findet ihr schon. Ansonsten Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, da sind wir zu finden. Nerd7-Tech seid ihr gerade, nerd7.de. Gerne abonnieren, YouTube-Kanal und so. Da haben wir noch Best of Nerd7 und den Shorts von Nerd7. Könnt ihr auch gerne reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und wenn das natürlich alles zu viel ist, einfach in die Videobeschreibung reingucken. Da sind die Links. Was soll ich sagen? Jedes Mal das Gleiche. Ihr kennt das. Genau. Also denn, haut rein. Bis bald.